so das ist jetzt ausblick aus unserem hotelzimmer und das restaurant das ist der fahrstuhl sieht bisher aus wie ein zäpfchen aber es macht nichts da werden wir noch ein bisschen essen ja wie man sieht hier sind die ganzen anderen hotelzimmer so richtiges dach haben wir jetzt schon doch ein bisschen glas ist der hammer das ding echt der hammer ja und hier ist das wunder wunderschöne bett krass und wir haben noch eine wunderschöne fernsehwand